Hallo Leute, heute geht es um das Thema Bitcoin Wallets und welches ich benutze. Ja, ich werde ziemlich häufig gefragt, welches Bitcoin Wallet ich denn nutze, beziehungsweise von welchem Anbieter ich meinen Bitcoin Wallet nutze. Und das möchte ich euch gerne in diesem Video zeigen. Euch auch natürlich die Unterschiede aufzeigen zwischen dem, dem und dem. Und was möglicherweise für euch das beste Bitcoin Wallet ist. Ja, zunächst mal schauen wir uns an, welches Wallet ich benutze, beziehungsweise wo ich meinen Wallet habe. Und ganz wichtig in dem Video möchte ich euch auch mal zeigen, wie ihr ein wirklich extrem sicheres Wallet erstellen könnt, was die höchste Sicherheit besitzt, wenn es darum geht, eure Reserven aufzubewahren. Ja, erstmal schauen wir, wo habe ich meinen Wallet. Bei Bitcoin.de kann ich euch gleich sagen. Link zur Registrierung gibt es in der Beschreibung. Man kann sich da kostenlos anmelden mit dem Trick, wenn man sich noch bei der Fidor Bank ein Konto macht, dann kriegt man sogar die Legitimation geschenkt. Das habe ich ja auch schon in einem Video gezeigt. Und kann gleich auch traden auf dieser Plattform. Das heißt, man hat hier gleich mehrere Vorteile. Man hat hier sein Guthaben und kann gleichzeitig in Echtzeit traden, wenn man denn das Fidor Bankkonto hat, was im Übrigen auch kostenlos ist. Also hier entstehen keinerlei Kosten und man ist sich ja relativ sicher. Wenn man sich einloggt, ist das über eine Passwort-Tabelle oder eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, ist das halt abgesichert. Und es ist dann noch per SMS-TAN abgesichert. Das heißt erstmal, hier kommt relativ schwierig nur jemand drauf. Ein weiterer Vorteil dieser Börse ist, dass sie sich einmal im Jahr bescheidigen lassen, dass sie auch die Bitcoin-Bestände haben, die sie vorgeben. Weil es könnte ja sein, dass sie mittlerweile ausgeräumt worden sind. Aber hier lassen die sich das von einem Wirtschaftsprüfer einmal im Jahr bescheidigen. Zusätzlich werden auch die meisten Coins in Cold Wallets gespeichert. So, jetzt schauen wir uns aber mal ganz kurz an, wie das funktioniert. Wenn ich hier auf Ein-Auszahlung gehe und hier bei Einzahlung steht meistens schon eine Adresse. Die könnt ihr nehmen. Egal wo ihr die eingebt, ob das bei den Plattformen ist, wo ihr Bitcoins generieren könnt oder ob ihr die Adresse gebt, wenn ihr NiceHash benutzt. Dort könnt ihr die Adresse auch eingeben und es geht automatisch auf euer Konto und es kann gehandelt werden oder auch hier über diesen Reiter Auszahlung wieder ausgezahlt werden. Zusätzlich könnt ihr jederzeit hier neue Adressen generieren. Das heißt, ihr müsst nicht immer dieselbe nehmen. Ich nehme zwar jetzt immer dieselbe, beziehungsweise ich habe nur zwei. Aber ihr könntet für jede Einzahlung auch wieder hier eine neue Adresse generieren. Auszahlung, das ist auch ein großer, großer Vorteil. Auszahlungen sind kostenfrei, sofern die Mindestmenge 0,05 BTC beträgt. Alles, was da drunter ist, kann man generell nicht auszahlen. Man kann hier noch eine freiwillige Netzwerkgebühr mitgeben, damit das schneller bestätigt wird. Aber theoretisch kann man hier wirklich ab 0,05 Bitcoins sich komplett kostenlos diese Bitcoins auszahlen lassen. So, soweit zu Bitcoin.de. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Weitere Fragen bitte in die Kommentare. Ich habe auch schon mal gezeigt, wie man hier tradet. Dazu bitte auch einfach mal jetzt die Infokarte anschauen. So, dann gibt es mehrere Online-Anbieter. Ich habe jetzt hier mal beispielhaft blockchain.info aufgerufen. Dort können wir uns ja auch ein Wallet erstellen. Das geht auch relativ easy hier. Kostenlos Bitcoin-Wallet erstellen. Wir brauchen nur eine E-Mail und ein Passwort. Und dann können wir direkt Bitcoins empfangen. Was das Coole an Blockchain ist, dass wir dort auch Offline-Wallets bzw. Paper-Wallets, worauf ich gleich zu sprechen komme, jederzeit importieren können. Von der Sicherheit her würde ich auch sagen, es ist ja relativ sicher, wobei ich mich bisher bei Bitcoin.de am sichersten fühle, wobei das ja nur meine subjektive Meinung dazu ist. So, was gibt es noch? Ja, wir können uns auch ganz klassisch unser Wallet hier runterladen. Das Wallet ist dann direkt auf dem PC. Das heißt, wir sind unsere eigene Bank, wird unser PC gehackt, dann ist das unser Problem. Dann sind unsere Coins weg und wir sind selbst schuld dran. Das heißt, wir tragen selbst die Verantwortung für unsere Coins, für unser Guthaben. Das ist schön für alle, die sagen, ich möchte gerne das selbst in der Hand haben und ich sorge für meine eigene Sicherheit. Und ja, ich vertraue sonst niemanden außer mir selbst. Dann kann man sich hier ja ein Wallet runterladen. Hier gibt es verschiedenste, die man nehmen kann. Bitcoin Core, Bitcoin Classic und so weiter. Ihr seht das ja auch. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten. Die Seite ist übrigens bitcoin.com und dann geht ihr hier auf den Punkt Wallets. Da kommt ihr hier hin. Und ja, es gibt noch weitere Wallets, auch mobile Wallets, die ihr auf eurem Handy nutzen könnt. Aber da würde ich wirklich nur das Geld drauf machen, was ihr möglicherweise jetzt ausgeben wollt. Weil man kann ja schon in vielen Läden auch mit Bitcoins bezahlen. Und ja, wenn man dann mal 5, 10 Euro in Bitcoins dabei hat, auf seinem Handy ist alles cool. Dann braucht man auch kein Portemonnaie, sondern nur sein Handy und kann dann damit bezahlen. Aber zur sicheren Verwahrung würde ich ein Handy Wallet nicht empfehlen. Dann schon eher hier so ein Client. Ja, was gibt es noch? Die für mich sicherste Methode, das ist ein Paper Wallet. Das können wir hier direkt generieren. Ich habe jetzt hier mal testweise eins gemacht. Ich werde das gleich nochmal in Realtime erstellen, damit ihr sehen könnt, wie safe das Ganze wirklich ist. Wie der Name schon sagt, es ist ein Paper Wallet. Das heißt, das Ganze wird dann auf ein Blatt Papier gedruckt. Ihr werdet dann hier diese öffentliche Adresse erhalten. Das ist auch die Adresse, die ihr bei den ganzen anderen Anbietern bekommt. Wenn ihr die habt, könnt ihr Geld einzahlen. Und wenn ihr das Geld irgendwann mal abholen wollt, dann gibt es hier einen Private Key. Das ist dieser hier und den sollte keiner kennen, weil jeder, der diesen Private Key hat, kommt an euer Guthaben dran. So, wenn jetzt irgendein Virus mitlaufen würde, der das Ganze hier abgreifen würde und das Ganze übers Internet verschickt und ihr checkt das nicht, dann ist schon mal scheiße. Weil alles, was ihr dann da drauf überweist, ist weg. Ganz klar. Vielleicht wartet ihr auch erstmal, bis er sich genügend gesammelt hat und greift es dann ab, wenn er meint, jo, der wird jetzt erstmal nichts mehr überweisen und da sind ja schon zwei Bitcoins drauf. Ich ziehe mal runter und ihr seid dann, ja, ihr habt dann Pech. Wie ihr das umgehen könnt, zeige ich euch gleich, aber vorher noch, wie ihr euren Stand auf dem Paper Wallet prüfen könnt. Ihr habt diese öffentliche Adresse, ja, diese Bitcoin-Adresse. Die könnt ihr beispielsweise bei blockchain.info oder blockair.io eingeben. Das mache ich jetzt mal hier realtime. So. Die geben wir hier mal in die Suchleiste ein und dann können wir sehen, jo, hier ist nichts drauf. Habe ich ja auch gerade erst erstellt, habe ich auch nichts drauf gemacht. Und wenn ihr dann was drauf überweist, dann könnt ihr über die Blockchain erfahren, wie viel gerade auf eurem Paper Wallet drauf ist. Das heißt, euer Kontostand ist jederzeit einsehbar, abgreifbar, nur über diesen Private Key, den ihr dann auch im Endeffekt auf blockchain.info importieren könnt, wenn ihr über eure Bitcoins verfügen wollt. Und so lange legt ihr euch das Ding in den Tresor, zahlt da immer fein drauf ein und habt das, ja, meiner Meinung nach am sichersten verwahrteste Geld. Ihr könnt dieses Paper Wallet auch auf einem PC generieren, der nicht mit dem Internet verbunden ist und ihr schließt das Ganze an einen lokalen Drucker an, das heißt über USB. Und dann könnt ihr sicherstellen, dass das Ganze auch sicher ist. So, wir generieren jetzt mal eine neue Adresse. Laden die Seite mal neu. Hier. So, jetzt soll man hier die Maus bewegen, damit das hier zufällig generiert wird. Wir werden jetzt eins machen, wir sind noch mit dem Internet verbunden, das ist nicht schön, das wollen wir nicht. Hier deaktivieren. So, Internet ist weg. Das heißt, jetzt kann auch kein Virus irgendetwas übers Internet abgreifen und verschicken. Jetzt generieren wir das, bewegen ein bisschen die Maus. Ja, haben wir es geschafft. Und diese Seite funktioniert auch ohne Internet, das heißt, das wird wirklich offline generiert. Wenn es nicht so wäre, würde die Seite jetzt nicht funktionieren. So, jetzt haben wir hier eine ganz neue Bitcoin-Adresse plus Private Key. Das drucken wir jetzt, während wir kein Internet haben, aus. Vielleicht auch sogar öfter. Wobei, wenn wir es öfter kopieren, ist die Chance natürlich auch höher, dass es geklaut wird. Also, möglichst nur einmal oder vielleicht zweimal und zweimal in den Tresor legen. Weil, wenn ihr das aus Versehen zerstört, dieses Paper Wallet, ist euer Guthaben natürlich für immer verloren. Das müsst ihr bedenken. Also, an möglichst sicheren Orten dann verwahren, wo keiner drauf Zugriff hat, nur ihr. Und dann seid ihr euch sicher. Möglicherweise könnt ihr das auch einfolieren, sodass es nach Möglichkeit lange hält. Und ihr könnt sowas dann auch jederzeit wieder neu generieren und neu die Bitcoins drauf überweisen, wenn ihr meint, ihr müsstet euer Paper Wallet mal wechseln. So, wir sind jetzt hier immer noch ohne Internet, aber das macht ja überhaupt gar nichts. Ja, das war es soweit mit den Wallets, die ich euch vorstellen wollte. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann einmal bitte in die Kommentare. Vielleicht werde ich da auch nochmal ein Video zu machen, wenn sich, ja, wenn gehäuft Fragen auftreten. Ja, Leute, es hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, sofern ich euch helfen konnte sowieso. Und sofern ihr noch nicht mein Abonnent seid, dann dürft ihr auch gerne auf Abonnieren drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Das Video hat dir gefallen und oder du möchtest mich und meine zukünftigen Videos unterstützen? Dann schau dir doch einfach mal in Ruhe meine Vorschläge an. Alle wichtigen Links gibt es auch in der Beschreibung. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.